Das mit dem Bilder raussuchen und auch sichten hat so lange gedauert, dass das jetzt selbst hier mir etwas zu lang geworden ist. Darum kommt das Video ein bisschen später. Erst einmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Fotos. Ich selber hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Polarlichter draußen unterwegs waren, voll bewölkten Himmel und habe nichts davon mitbekommen. Aber viele andere in Gesamtmitteleuropa haben so tolle Aufnahmen gemacht und auch so vieles erlebt. Man hat es ja auch an der Timeline bei Facebook beispielsweise gesehen, in vielen Gruppen wurde es ja geteilt. Oder die ganzen Webcam-Bilder aus den Alpen waren ja einfach nur gänsehautmäßig schön. Grüße Sie und Grüße euch. Und eine kleine Auswahl habe ich mal genommen, die ist rein zufällig. Nicht, dass ich irgendjemanden benachteiligt oder bevorzugt habe. Es sind so viele Mails eingegangen in der Nacht. Von Marco hier in Cottbus mit den ganzen Farben. Von der Renate aus Schleswig-Holstein ebenfalls mit den ganzen Farben, wie sich das Ganze gemischt hat. Oder aus der Rhön hier von der Christin ebenfalls mit diesen wunderbaren Farben. Das ist zwar ein bisschen verschwommen, ich wollte aber einfach mal den Grün- und Blauanteil mit reinnehmen. Hier vom Cottbuser See, vom Stefan auch dieses satte Grün. Das ist eine sensationelle Aufnahme. Oder hier vom Marc ebenfalls an einem Kanal hier mit den ganzen Farben. Auch ein wunderbares Bild von der Evi hier wieder in Schleswig-Holstein. Diesmal alles in der Farbe Grün. Und der Schorsch, der gar nicht so weit weg von mir wohnt, hat mit den Wolken zusammen dieses Bild gemacht. Das schaut natürlich obergenial aus, wenn da noch ein paar Wolken sind. Und ihr müsst euch so vorstellen, oder das so vorstellen, da wo die vielen Wolken waren. Das war so bei mir der Fall. Und dann hat er noch ein Bild gemacht, das hat er reingezoomt. Das habe ich dann noch ein bisschen stärker ausgesoomt, nehmen wir als Hintergrund. So etwas ist kosmisch natürlich auch ganz, ganz klasse. Starten wir, wenn wir schon mal so weit oben sind, von der ganzen Schose der Kosmik. Und schauen von oben runter auf die Nordhemisphäre. Und sehen uns die aktuelle Situation der Temperaturen in 1500 Meter Höhe an. Und da haben wir hier den Nordpol. Und Richtung Russland geht es schon runter mit den Temperaturen bis auf minus 10 Grad und niedriger. Das ist schon recht frisch. Wir haben mal kurz die Abkühlung. Und jetzt gehen wir mal in rund zwei Wochen den Zeitschritt voraus. Nehmen aber das Mittel aller Berechnungen. Und da sehen wir von Grönland ausgehend über den Nordpol die große Blase der minus 10er Fläche, die jetzt verbreitet hier den Winter in weiten Teilen Russlands einläuten wird, fast schon bis Moskau. Wir sind in der Zone, wo es noch relativ mild ist, in Mitteleuropa eben. Wenn wir uns die zwei Meter Temperaturen anschauen, jetzt gehen wir wieder zurück. Also nicht das, was in 1500 Meter Höhe ist, sondern das, was wir messen. Da haben wir am Nordpol schon Dauerfrost. Und auch hier im Binnenland, da geht es runter mit den Temperaturen. Und je weiter wir Richtung Mitteleuropa kommen, desto wärmer wird es. Und wenn wir jetzt wieder auch nur das Mittel, nicht die extremen Temperaturen, die die Einzelläufeberechnungen berechnen, sondern nur das Mittel nehmen, schaut mal, was da an Winter jetzt stattfindet. Es zieht hier so richtig, aber so richtig der Winter ein. Um das mal ganz, ganz deutlich zu zeigen, hier ein Ensemble von Verchnoyansk oder Verchnoyansk, weiß nicht, wie man das hundertprozentig richtig ausspricht, das sind die Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Da war vor einem Monat noch Sommer. Und jetzt haben wir hier die Mittellinie bei minus 10 bis minus 15 Grad. Und die Vorhersage geht auf minus 15 Grad runter mit ganz wenigen Niederschlagssignalen. Das kommt natürlich alles als Schnee. Das ist die Temperatur in 1500 Meter Höhe. Gehen wir mal auf den Boden. Der Tatsachen, das sind die Temperaturen in zwei Meter Höhe. Da ist es jetzt noch relativ lau, minus 5 Grad im Schnitt. Und es geht runter auf fast minus 20 Grad. Da ist definitiv Winter. Und wenn wir jetzt weiter nach Westen gehen, nach Moskau, da kommen wir aus der überdurchschnittlichen Wärme raus, gehen hier auf durchschnittliche Temperaturen runter mit dem Range nach unten und nach oben. Der Unten Range zeigt schon unter minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe Richtung Ende des Monats. Das wäre dann auch hier richtig winterlich. Und die 2 Meter Temperaturen, die bleiben noch bei über 0 Grad, gehen aber auch hier deutlich runter. Und es gibt erste Schneesignale in Moskau. Es tut sich also was. Bei uns nicht so. Schauen wir mal nach Greifswald. Da haben wir unterdurchschnittliche Temperaturen und gehen von minus 2 rauf auf 10 Grad. Und dann geht es langsam wieder runter im Mittel. Ebenfalls mit dem Range zwischen minus 5, das wäre fast schon frühwinterlich, bis über 10 Grad ab und zu ein paar Niederschlagsignale. Es gibt immer noch große Unterschiede über den Witterungsverlauf ab Mitte der kommenden Woche. Das europäische ECMWF-Modell macht es im Prinzip gleich. Wenn wir schon im Nordosten sind, gehen wir in den Südwesten nach Freiburg. Da gibt es jetzt die nächsten Tage noch mal ein bisschen Regen. Dann gehen die Temperaturen deutlich nach oben. Es bleibt trocken. Große Unsicherheiten zum Ende der nächsten Woche hin. Es sind Läufe dabei, die sind durchgehend warm und trocken. Und es gibt welche, die bringen so einen Tiefstreifschuss. Wird nicht richtig kalt, aber eben ein bisschen kühler. Und da gibt es Niederschläge dazu. Hinten raus gehen auch hier die Temperaturen zurück. Beim amerikanischen und beim europäischen Modell. Das eigentlich gar keine Regenpause in den einzelnen Ensembles zeigt. Apropos Regen. Das ist das, was in den nächsten 10 Tagen nach dem europäischen ECMWF-Modell runterkommen soll. Das ist nicht viel. Das amerikanische GFS-Modell macht auch nicht viel. Und wenn wir noch ein paar Tage draufrechnen, immerhin bis zum 26. Oktober, kommt da so gut wie nichts runter. Außer südlich der Alpen und westlich von uns. Da soll einiges runterkommen. Und da hätten wir wieder das Stichwort Frontenfriedhof. Wenn jetzt die ganzen Systeme nur 200-300 Kilometer weiter im Osten sind, also auch die Hochsysteme, dann hätten wir die Regenzeit wieder hier. Ist das Ganze ein paar hundert Kilometer weiter im Westen, dann wären auch Frankreich und England aus dem Regen draußen. Und wir hätten eine kühlere oder kalte östliche Strömung. Gestern gab es etwa 4,5 Liter Regen auf den Quadratmeter. Einmal im Westen, einmal am Alpenrand. Deutschlandweit gemittelt in Sachen Sonne. Knappe Stunde, die da zusammenkamen. Das war nicht viel. Die Tiefstwerte zwischen 4 Grad im Harz, 12 Grad im Südwesten. Die Höchstwerte 11 Grad im oberen Erzgebirge und 24 Grad im Südwesten. Jetzt werden sich manche denken, war doch gar nicht so warm. War doch eher ungemütlich, hat geregnet und war windig. Das waren auch die Tiefstwerte in der Nacht, also die Höchstwerte in der Nacht. Aus der Tiefe der Nacht. Pieding um 0.01 Uhr UTC, Weltzeit bei uns plus eine Stunde, plus eine Stunde Sommerzeit. Also um 2.10 Uhr wurden die Höchstwerte erreicht. Und das gilt letztendlich für alle Regionen. Tagsüber war es natürlich kälter. So ist es eben, wenn eine Kaltfront durchzieht. Jetzt haben wir es dann mit einem schwachen Hoch zu tun. Vincent, das zieht wieder ab. Es kommt eine neue Front herangezogen. Die Temperaturen gehen in 1.500 Meter Höhe zurück. Und dann baut sich eben ein Hoch in der nächsten Woche auf. An der Ostflanke des Hochs kommt kühlere und trockenere Luft. Im Westen sind wir an einer Luftmassengrenze, wo es ein bisschen milder und feuchter ist. Und dann ist die große, große Frage. Das ist noch der 18er Lauf mit dem Hoch über dem Baltikum. Und dann haben wir hier dieses Bodentief über Frankreich und das Höhentief über der Iberischen Halbinsel. Wenn das Ganze nur ein bisschen weiter im Osten ist, es kommen die Tiefs weiter voran, es wird wechselhafter. Ist das Ganze ein bisschen weiter im Westen, dann sind wir überall unter Hochdruck mit Ostwind. Da sind große Unsicherheiten. Deshalb ist das nur eine Pi mal Daumen Prognose für die kommende Woche. Temperaturen in 1.500 Meter Höhe sehr mild. Liegt das weiter im Osten, dann wird es auch mild weitergehen. Liegt es weiter im Westen, kommt Boden an die kalte Luft herangezogen. Heute starten wir noch mit einigen Schauern, die sich vor allen Dingen am Alpenrand tummeln und dann Richtung Tschechien sowie an der Nordsee. Am Nachmittag lässt das mehr und mehr nach. Entsprechend hier erst einmal Regen und Regenschau im Südosten und an der See. Später wird es dann nach und nach freundlicher. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen und die Temperaturen erreichen 7 Grad. In den östlichen Mittelgebirgen sind es 8 bis 15, im Südosten Österreichs bis zu 19 Grad. Am morgigen Samstag wölbt sich dann schon wieder ein neues Wolkengebiet zu uns. Später fällt im Südwesten Regen. Da kommt eine neue Front herangezogen. Vor der Front die hohen Wolkenfelder, die die Sonne milchig matt abschirmen, wird dann Stunde um Stunde kompakter. Und im Südwesten setzt eben Regen ein. Der Wind dreht auf südöstliche Richtungen und frischt vor allen Dingen an der See auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 17 Grad. Es kann sein, dass es am Nordrand der Mittelgebirge auf bis zu 18 Grad rauf geht. Am Sonntag, vielmehr in der Nacht auf Sonntag, zieht hier so ein Niederschlagskomma durch. Im Süden ein paar Schauer. Am Vormittag zieht das Ganze nach Südosten ab. An den Alpen regnet es länger. Und am Nachmittag verschwindet das Ganze wieder. Isobarendrängung im Nordosten. Es ist sehr windig. So haben wir am Sonntag nach einer teils regnerischen Nacht noch weitere Schauer, die im Laufe des Tages nachlassen. Der Wind wird stark in Böen und im Bergland auch stürmisch aus West bis Nordwest. Die Höchstwerte erreichen dazu 7 bis 17 Grad. Am Montag haben wir einen Mix aus Wolken und Sonne, teils auch Hochnebel. Vereinzelt fällt etwas Regen, vor allem im Nordwesten 10 bis 18 Grad. Dieser Temperaturrange bleibt auch am Dienstag. Stand der Dinge derzeit in der Nordosthälfte sonniger mit ein paar Hochnebelbatzen. In der Südwesthälfte bewölkt mit etwas Regen. Und dann wollte ich die Tage eigentlich ab Mittwoch durchgehen. Aber es macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. Weil das wird immer anders aussehen. Deshalb Pi mal Daumen. Immer wieder streifen uns einmal Fronten im Nordwesten, einmal im Südwesten mit entsprechendem Regen. Dazwischen haben wir mal mehr, mal weniger Hochnebel. Mal ist es trüb durch tiefe Wolken. Dann gibt es Hochnebel. Dann wieder strahlenden Sonnenschein. Und je nachdem sind es 8 bis 18 Grad. Kommen Föhneffekte dazu, dann sind es auch noch mal um die 20 Grad. Schauen wir auf die Ensembles. Diesmal für Deutschland und überhaupt Mitteleuropa. Erst sind es um die knapp 15 Grad. Dann geht es rauf auf 15 Grad. Hinten raus ein bisschen runter. Ein paar Niederschlagsignale. Nichts Auffälliges. Auch im Westen nichts Großes Auffälliges. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick schon. Denn hier haben wir mehr Niederschlagsignale bei Temperaturen von um und über 15 Grad. In der Mitte sind auch noch einige Niederschlagsignale dabei. Jetzt kommt aber der Osten. Schaut mal. Da haben wir deutlich weniger Niederschlagsignale. Das ist auch wieder diese Grenzlage, die sogar in den Ensembles der 2-Meter-Temperaturen über Deutschland erkennbar ist. Und im Süden haben wir auch immer wieder Niederschlagsignale, die da sind bei Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad. Wenn da mal Föhneffekte ins Spiel kommen, sind wir ruckzuck bei 20 Grad. In Zürich, das gleiche wie im Süden Deutschlands. Hier nur insgesamt mehr Niederschlagsignale als beispielsweise in Klagenfurt, wo es erst in der letzten Oktoberdekade wieder mehr Niederschlagsignale gibt. In der nächsten Zeit bleibt es größtenteils trocken. Und auch hier liegen die Temperaturen bei um die 15 Grad. Einzelne Ausreißer gehen rauf, einige auch runter. Kommt gut in den Freitag und bis später.